hallo und herzlich willkommen bei phoenix barbecue wir werden heute mal probieren ob die rotesserie noch mehr kann als das normal übliche was man so kennt und was ich da mit euch vor habe und wie das funktioniert das seht ihr dann gleich ja und dann würde ich sagen wir gehen einfach mal runter an den tisch und dann kommen wir denke ich auch gleich zu den zutaten und zutaten für unseren teig brauchen wie gesagt die genauen mengenangaben gibt es nachher in der infobox wir haben hier die habe ich schon mal getrennt eiweiß eigelb wir haben zucker vanillezucker mehl speisestärke dann brauchen wir marzipan wir brauchen butter wir brauchen etwas bittermantel aroma und dann brauchen wir noch was ist es jetzt gleich wieder amaretto genau danke dir genau und daraus werden wir jetzt erstmal unseren teig machen und ich fange an dass ich die eigelb mit dem zucker marzipan und butter schaumig rühre dann werde ich in der zwischenzeit das mehl und paniermehl paniermehl mann 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 die speisestärke und backpulver das habe ich noch vergessen durch sieben das kommt dann später dazu und ganz zum schluss werde ich dann das eiweiß aufschlagen und das wird dann eben ganz zum schluss drunter gehoben genau man fangen so wie ihr seht ich bin schon am grill ich habe meinen teig hier umgefüllt in so eine kleine konzis form hier oben trägt jetzt richtig schön meine rolle vom heckbrenner und jetzt werden wir das einfach mal ausprobieren ob das jetzt nur mit dem heckbrenner reicht ob man die deckel schließen müssen das werden wir dann sehen und jetzt fange ich einfach mal hier schön an einfach hier bild was auf meine rolle drauf zu streichen wie ihr seht ich habe jetzt die gitter hier unten raus das kann jetzt auch hier richtig schön bild ausschauen das ist mir jetzt dann auch egal der darf nämlich jetzt richtig schön frei schnauze wachsen streichen man hier einfach schön überall was drüber das war hier eine schöne schicht drum herum haben da kommt jetzt noch eine stelle wie gesagt ich mache das jetzt auch zum ersten mal ich bin jetzt auch gespannt wie das funktioniert und ob das überhaupt funktioniert aber im moment macht das einen guten eindruck die kamera frau nickt auch genau ich finde für die erste schicht schaut das richtig gut aus und jetzt hätte ich gesagt wir lassen den jetzt einfach hier drüber drehen und packen bis die erste schicht richtig schön goldgelb ton ist so die erste schicht ist jetzt so langsam jetzt kommt hier schön die zweite schicht oben drüber ich habe jetzt in der zwischenzeit doch mal alle brenner angemacht ich mache jetzt aber den vorderen aus das wird mir dann doch ein bisschen zu heiß jetzt jetzt tropft es natürlich ein bisschen runter wunderbar und so machen wir jetzt weiter bis der baumkuchen fertig ist so schaut die zweite schicht aus und ich habe jetzt bei meinem rump experimentieren festgestellt wie gesagt dass es doch besser ist wenn die unteren zwei brenner noch mit an sind die mache ich jetzt kurz aus dann mache ich die nächste schicht mit handschuhen natürlich weil das ist natürlich jetzt heiß so funktioniert im moment am besten wenn da müsste dann selber auch ein bisschen rum experimentieren je nachdem wie heiß euer grill ist wie heiß euer heckbrenner ist wie weit ja mit dem teig werde ich auch noch ein bisschen rum experimentieren der schaut wie gesagt im moment richtig gut aus aber da kann man bestimmt auch noch das ein oder andere an der rezeptur verändern aber was ich jetzt schon sagen kann ist es funktioniert so wie ihr sehen könnt ich bin fertig ich ich nehme den baumkuchen jetzt vom von der rotesserie runter auf den tisch rüber lass ihn auskühlen und dann hätte ich gesagt dann sehen wir uns dann gleich wieder wenn der baumkuchen ausgekühlt ist und dann kommt noch etwas schokolade drüber wir sind jetzt wieder am tisch der baumkuchen ist jetzt schon ausgekühlt was fehlt jetzt noch eine schöne schokoladen überzug schöne schokoladen glasur hier in der schokolade da könnt ihr natürlich jetzt dann auch wieder ein bisschen mit aromen spielen mit ein bisschen rum ein bisschen gromm an je kirschwasser wenn es für kinder ist lasst es den alkohol lieber weg denn hier verdampft kein alkohol kein gar nichts mehr übrigens im teig habe ich ja auch das habe ich schon wieder amaretto den könnt ihr natürlich auch weglassen wenn es für kinder ist so und dann hätte ich gesagt dann werden wir da mal versuchen ein bisschen die schokolade drüber zu bekommen hier unten habe ich nur ganz normale konzesform denn die schokolade werden wir dann natürlich nicht wegschmeißen die wird dann hergenommen für meine weihnachtsbäckerei okay jetzt hat sich der griff gelöst aber nicht weiter schlimm und keine sorge das ist nicht die einzige schokolade ich habe hier noch eine schüssel stehen wohl weißlich und die habe ich jetzt natürlich aber auch nicht ich bin jetzt kein kein bäcker kein konditor jetzt nicht so temperiert also ob die jetzt danach richtig schön glänzt das sei jetzt mal dahingestellt aber wir sind ja keine bäcker oder konditoren oder sonst irgendetwas wie findet ihr denn das eigentlich hinter der kamera bis jetzt sieht gut aus schaut schon richtig gut aus ich habe hunger gleichfalls das habe ich auch genau und jetzt müsste ich wenn ich mich nicht verschaut habe müsste überall klausur sein jawohl ist es auch hier haben wir noch eine kleine ecke die kommt auch noch zu und dann hätte ich gesagt die schokolade lassen wir jetzt auskühlen dass sie richtig schön hart wird bei den temperaturen die wir im moment gerade haben denke ich wird das nicht allzu lange dauern und dann sehen wir uns dann nachher wieder wenn ich dann das gute stück mal anschneide und versuche von der rolle runter zu bekommen das warten hat ein ende es ist jetzt auch schon etwas später geworden aber die kurvertüre hat jetzt etwas länger gedauert 100 prozent fest ist es noch nicht ich denke mal so eine halbe stunde könnte sie noch brauchen aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt einfach mal versuchen den hier runter zu bekommen jetzt gehe ich mal mit dem messer her da bin ich schon einmal rum schokolade ist doch fester als ursprünglich gedacht sie knappt schon bin ich mal gespannt ob das auch von der rolle gut runter geht ja hier am ende hat sie noch ein bisschen na komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon etwas sanfte gewalt er löst sich die spannung steigt und ich sehe schon was was ihr jetzt noch nicht seht das ist das backpapier na und ich würde doch mal sagen jetzt gehen wir mal hier in die kamera seht ihr das wie schön man jetzt hier die ringe sieht ich würde sagen echt perfekt ich will essen du willst essen ja das ist ja klar aber ich will zeigen also das ist echt also das ist echt der hammer das lege ich mal hier aufs brett und dann zeige ich euch jetzt mal nochmal hier den spieß jetzt könnt ihr hier auch nochmal richtig schön die ringe sehen also ich finde das schaut echt klasse aus und jetzt ja klar jetzt probieren wir den auch mal und jetzt bin ich gespannt ob er genauso gut schmeckt wie er ausschaut der riecht mega der riecht mega die riechen die riechen das ist echt der hammer der marzipan finde ich auch zum schluss ein kurzes fazit ja ihr müsst ein bisschen rumprobieren wie es mit eurem brenner funktioniert bei mir ging das jetzt ganz gut mit dem heckbrenner die zwei mittleren brenner habe ich ausgeschaltet habe dann den teig drüber dann die schüssel weg sofort die brenner wieder angemacht deckel zu was hat funktioniert ja da tropft auch was auf die flavor bars bei meinem grill bei meinem sportgerät ist das jetzt kein problem ich habe den jetzt vorhin während hier die kuvertüre getrocknet ist habe ich den 20 minuten ausgebrannt und der ist sauber da habe ich jetzt noch ein bisschen asche unten drin die ziehe ich morgen mit dem blech raus und dann ist das in ordnung also vom putzen her mit viel mehr aufwand wie bei allem anderen auch lohnt sich der aufwand also ich würde sagen der aufwand lohnt sich ganz klar daumen nach oben ich kann nur empfehlen nach machen was ich jetzt noch sagen muss ich habe jetzt dann in der zwischenzeit wo ich vorhin den teig gemacht habe ich habe die doppelte menge gehabt das schreibe ich euch aber auch unten in die in die beschreibung rein und ich kann nur sagen nach machen ausprobieren ich bin der meinung die rotesserie kann jetzt tatsächlich mehr als nur fleisch und dann bleibt mir nur zu sagen bis die tage